Hallo bei euromiel.com. Ich möchte heute Schweinefilet im Strudelteig mit Süßkartoffeln und grünem Spargel zubereiten und wir brauchen dafür Schweinefilet, Bauchspeck, Ei, gedämpfte Süßkartoffeln, frischen grünen Spargel, Creme Fraiche, Salz, Pfeffer, Strudelteigblätter und Öl zum Anbraten. Im ersten Schritt bereite ich unser Schweinefilet vor und ich habe mir jetzt ein Gitter aus dem Bauchfleisch gelegt und da drinnen hole ich jetzt das Schweinefilet möglichst fest ein. Ich habe Öl in der Pfanne erhitzt und da werde ich es jetzt rundum langsam anbraten. Während unser Fleisch rundum langsam dreht, bereite ich die Süßkartoffelmasse und das ganze Öl, die Creme Fraiche, Salz und Pfeffer in eine Schüssel gegeben und so drückt das alles. Für die äußere Hülle habe ich mir jetzt Strudelteigblätter aufgedrückt und ich habe zwischen die beiden Lagen etwas Olivenöl gestrichen und da drauf kommt jetzt meine Süßkartoffelfanz. Ich habe auch frischen grünen Spargel, der ist wirklich ganz frisch von meinem Spargelbrauen und ich habe ihn nur ein bisschen geschält und die Endstücke weggeschnitten und ich billige jetzt die Süßkartoffel mit den Spargelstücken. Der Spargel gart ja beim Braten, daher habe ich ihn nicht blaschiert und das Fleisch habe ich rundum angebraten und das kommt jetzt auf meinen Strudel und ich werde ihn schön einrollen. den Oliven klappe ich zusammen und jetzt setze ich ihn um auf mein Backblich und werde ihn im Ofen braten. Unser Strudel ist jetzt gebacken, ich lasse ihn noch fünf Minuten entspannen, ich ihn dann anschneide. Das Schweinefilet im Strudelteig mit Spargel und Süßkartoffeln ist ganz zart geworden, schönes Muster. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com Vielen Dank.